Was ist die Belastungsinkontinenz? Es gibt drei verschiedene Formen der Inkontinenz. Eine häufige Form ist die Belastungsinkontinenz. Eine weitere Form nennt man Dranginkontinenz. Die ist vergesellschaftet mit einem Drang und gehört zum übergeordneten Bild der überaktiven Blase. Und dann sind sehr häufig die Belastungsinkontinenz und die Dranginkontinenz kombiniert. Und da spricht man von einer gemischten Haareninkontinenz. Es gibt verschiedene Ursachen für die Inkontinenz. Ganz wichtig zu wissen ist, dass bei der Belastungsinkontinenz das Problem an der Beckenbodenmuskulatur, an einer schwachen Beckenbodenmuskulatur liegt. Typisch, man verliert beim Husten, Niesen, Urin. Bei der Dranginkontinenz ist das Problem bei der Blase selber. Die Patientin hat einen intakten Beckenboden, aber die Blase selber ist zum Beispiel chronisch entzündet und es kommt auf irgendeinen Impuls, wenn Wasser läuft, bei Kälte, kommt es zum Zusammenziehen der Blase und die Patientin verliert durch ihn. Das ist die Dranginkontinenz. Die Überlaufinkontinenz ist, wenn der Verschluss zu stark ist, die Blase sich ständig überfüllt und dann nach dem Motto, wenn das Fass voll ist, überläuft es. Typisch beim Mann, bei der vergrösserten Prostata oder bei der Frau, wenn sie eine Senkung hat, der Blase, der Gebärmutter oder des Darmes, klemmt es eben die HN-Räure auch ab und kann es zur Überlaufinkontinenz kommen. Wenn die konservativen Massnahmen bei der Belastungsinkontinenz ausgeschöpft sind, dann kann ein kleines Bändchen Hilfe verschaffen. Dieses Verfahren nennt man TVT-Operation. Was macht man dabei? Ein kleines Bändchen kommt unter die Harnröhre. Hier sehen Sie die Blase mit der Harnröhre und dies ist dieses hilfreiche Bändchen. Das Bändchen wird so unter die Harnröhre gelegt, wie ich es hier zeige, und es stützt die Harnröhre. Beim Husten gibt dieses Bändchen der Harnröhre Halt. Es kommt zu einer Knickung der Harnröhre in diesem Bereich, wo ich den Daumen habe und damit kommt es nicht zum Urinabgang. Dieser Eingriff kann in lokalen Stasi durchgeführt werden. Bei der Belastungsinkontinenz kann man zuerst, bevor eine Operation das TVT-Band in Frage kommt, mit einem Pässer arbeiten. Das ist eine geniale Soforthilfe. Das Vaginaldampon funktioniert wie folgt. Sie sehen, das ist hart, das wird weich gemacht mit warmem Wasser, ausgepresst, dass es nicht mehr pflutscht. Und dann mit einer Vaginalkreme, am besten beim Hormonmangel mit einer Hormoncreme, in die Scheide eingeführt, eigentlich wie der Blutungsdampon. Bei der Dranginkontinenz, auch wenn das schwierig ist, steht an erster Stelle das Trinken. Man muss mehr trinken, mehr Wasser trinken, die Blase wieder versuchen zu trainieren, dann unterstützend mit Medikamenten, die die Blase beruhigen. Und bei der Überlaufinkontinenz muss das Hindernis beseitigt werden. Da ist natürlich bei der Frau zum Beispiel bei einer Senkung sehr optimal, auch ein Pässer anzuwenden, dass den Senkungszustand wieder in den ursprünglichen Standort zurückführt und dadurch die Blase wieder gut entleert werden kann. Es gibt noch andere Möglichkeiten, um die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Vor allem, dass sie wieder aus dem Haus gehen und mehr Sicherheit haben, braucht es eine gute Einlage. Die Einlage hat einen Superabsorber, dass es nicht riecht, dass der Urin rasch aufgenommen wird. Und auf der Seite Auslauf sperren, damit der Urin seitlich nicht entweicht. Für mobile Patienten mit grösserem Schutzbedarf gibt es die Pants, da gibt es unterschiedliche Größen. Das ist eigentlich wie eine Unterhose, ebenfalls mit Superabsorber, der rasch die Flüssigkeit in den Urin aufnimmt und die Patientin sicher schützt. Ebenfalls für den Mann gibt es das Kondomurinal. Das gibt es in verschiedenen Größen. Der Penis muss gemessen werden und dann je nach Größe wird das Kondomurinal über den Penis gestülpt und an einer Ableitung, an einem Urinsack angeschlossen und am Bein getragen. So kann er sich in der Öffentlichkeit frei bewegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017